Das war eine sehr schöne, sehr lange Klassenfahrt. Schöhnliches zu erleben, die ganze Welt steht mir offen, ich stehe wie ein Gewurzelt daneben. Ich liege in Ketten aus, unausgesprochenen Regeln, Täter auf der Stelle, aber muss mich frei bewegen. Ich bin noch keine Maschine, ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und ich will leben bis zum letzten Atemzug. Ich bin ein Mensch mit all meinen Fehler, meiner Wut und der Euphorie. Ich bin keine Maschine, ich stehe vor Lust und Fantasie. Ich bin keine Maschine.